Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 15 mit Paxes. Ich weiß gerade gar nicht, was der Plan ist, aber ich glaube, wir wollten... Ach ne, Moment, ich schaue erst mal auf den Transfermarkt, da müssten doch... Oh, wie ich halt überhaupt keinen davon losbekommen, fuck! Muss ich die echt abstoßen für 300, da mache ich ja jedes Mal massiv Verlust. Das war so natürlich überhaupt nicht geplant. Ich halte den drin für 450, na gut, dann gehe ich halt nochmal 50 runter und mache jetzt einfach mal 350, 400. Und da ich sowieso ne Stunde nichts mache, erhöhe ich es dieses Mal auf den Tag und hoffe, dass es dann mal eher weggeht. Den habe ich für 400 gekauft und da ging für 450 nicht los, also machen wir da das Gleiche, setzen ihn auf 350, 400. Ich will halt logischerweise so wenig wie möglich Verlust machen und wenn ich ihn für 400 gekauft habe und für 400 verkaufe, mache ich halt schon Verlust, weil er 10% EA behält, das heißt, 40 Coins müsste ich dann Verlust machen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Fletcher hatte ich auch für 400 gekauft und wurde, oh, den bin ich für 400 nicht losbekommen, den habe ich für 400 nicht losbekommen. Ah, hoffentlich kauft die niemand für 300, aber ich denke, das wird nicht passieren, wenn, dann kaufen die die für 350. Und wenn ich ihn halt jetzt wieder nicht losbekomme für 350, dann muss ich ihn halt einfach so verkaufen für 300. Dann stoße ich ihn halt für 300 ab. Jetzt spielen wir aber erstmal eine Runde. Ach, ich gehe immer ins Falsche rein, ich muss einfach hier oben bleiben. Womit spielen wir denn? Ich glaube, wir wollten noch ein Spiel jetzt machen mit dieser Bundesliga-Mannschaft und dann beim nächsten Mal logischerweise wieder die Premier League. Aber dann halt, wie gesagt, zwei Spiele Premier League. Wir haben ja jetzt auch noch, ich glaube, so acht Spiele, die wir noch theoretischerweise machen können, bevor wir wieder neue Spieler kaufen müssten. Mal schauen. Aber an diesen Bug kann ich mich auch erinnern. Bei FIFA 14 kam das schon vor. Dann dauert es immer ein bisschen, dann ist es dann doch da und dann geht es meistens im Normalfall auch. Pappsoldat FC spielt ebenfalls Bundesliga, wie es aussieht. Und ist anscheinend auch ein Deutscher, wenn er sich Pappsoldat nennt. Mein Team ist eigentlich ziemlich ausgeglichen, aber es ist klar, wenn ich fast nur 75er Spieler drin habe, wo das dann alles gleich ist. Okay, er spielt ein 4-3-3 mit zwei ZMs, einem ZOM und einem... Boah, ich glaube, das ist linker und rechter Flügel. Das dürfte kein... Ja, das müsste linker und rechter Flügel sein. Mal schauen. Aber ich würde fast behaupten, der Typ hat volle Chemie. Also das wird niemand sein, der eine schlechte Chemie hat. Vom Gefühl her jetzt. Vom Gefühl her. Da fällt mir gerade auf, man sieht jetzt hier bei FIFA 15 gar nicht, wer wie oft gewonnen und verloren hat, beziehungsweise unentschieden gespielt hat. Das war eigentlich eine schöne... Eine schöne Möglichkeit, die man da immer hatte bei... FIFA Welt. Und ja, er hat volle Chemie, hat natürlich ein besseres Team als ich. Nicht nur Bundesliga, wie man sieht, deutscher Stürmer zwar, aber nicht aus der Bundesliga. Mario Gomez, schnelle Flügel mit Sam und Schürrle, dann Bender und... Oh, er hat ja auch Özil drin, also scheint vor allem ein Deutschland-Team zu sein. Natürlich ein deutlich besseres Team, also das wird unsere erste... Vom Team her, vom Team her, unsere erste richtige... Herausforderung, weil es ist bisher das beste Team, gegen das wir spielen. Oh, da haben wir Pech, schade. Ziemlich aggressiv auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Fuck. Aber ich weiß nicht, er spielt einfach viel zu schnell und aggressiv. Ich glaube nicht, dass er so gut ist. Aber kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Er hat doppelt auch viel, wie es aussieht. Ja, wieder falsche Spieler. Hier, der spielt ständig so schnell nach vorn, dass er halt... Immer wieder bei einem Spieler von mir landet. Das ist ein bisschen komisch. Ah, das war schlecht von mir. Ist ja schon wieder zu unüberlegt. Da hätte man eigentlich sehen müssen, dass mein Spieler da... Vor seinem ist. Also ich hoffe mal, dass ich dieses unruhige... Und super aggressive und schnelle Spiel von ihm so ein bisschen ausspielen kann. Aber... Ist halt auch immer nicht so einfach, weil... Man muss halt auch so ein bisschen Glück mithaben, sag ich mal. Schon wieder hat es nicht funktioniert. Das ist doch ärgerlich. Weil bei seinen schnellen Kontern, die er spielt, kann es halt logischerweise schon mal sein, dass das irgendwann mal aufgeht und funktioniert. Ist eigentlich auch schon wieder fast ein Foul. Ich darf halt... Ich muss halt vor allem versuchen, keine Risikopässe zu spielen, weil dann ist das Risiko bei so einem Gegner extrem hoch, dass man in einen gefährlichen Konter läuft. Das hat er nicht verdient. Also hier zu gewinnen oder einen Tod zu schießen oder halt gefährlichen Konter zu bekommen, hat er einfach nicht verdient. Dafür spielt er meiner Meinung nach nicht gut genug. Ja, viel zu viel Pressing auch, teilweise. Schade. Und... Oh, den muss er natürlich machen aus der Entfernung. Vor allem Kiyotake, von dem erwarte ich sowas. Es war natürlich der schwache linke Fuß, das ist glaube ich Rechtsfuß mit drei Sterne auf dem schwachen, aber... Es war auch nicht super einfach. Also es war jetzt keine 99-prozentige, ich wehre mich immer gegen den Begriff 100-prozentige. Eine 100-prozentige ist es immer dann, wenn er drin ist und nicht, wenn er daneben geht, ne? Ich weiß, dass man meint mit 100%, aber... Dann soll man halt 99-prozentiges sagen. Schade. Ist er jetzt nicht mehr da, oder was? Doch, er ist da. Merkwürdige Aktion von ihm. Glück gehabt. Sowas geht auch mal schnell ins Auge. Ah, schlecht von mir, schlecht von mir. Muss ich eigentlich sehen, dass das so nichts werden kann? Na, immerhin die erste Ecke. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie er reagiert, wenn ich hier kurz spiele. Ah, die nächste Ecke. Schade, der Ball war, denke ich, gar nicht so schlecht gekommen. Hm, der war schlecht. Ist halt ein bisschen blöd. Ich habe zu wenig gute Distanzschützen, die da stehen könnten. Aber wie gesagt, ich mag diese Variation eigentlich mehr als die direkte Ecke. Weil man hier einfach den Vorteil hat, dass man entweder ein Tor schießt, also meistens zumindest, entweder ein Tor schießt oder halt daneben schießt. Und dann hat halt der Gegner Abstoß. Und das hat einfach den Vorteil, dass meine Abwehr wieder hinten steht, dass also generell meine Formation wieder steht. Und ich halt nicht in den Konter rennen kann. Wenn ich eine normale Ecke mache, dann hat das einfach so oft den Effekt, dass der Gegner den Ball rausköpft. Dann landet er vielleicht bei dem Stürmer vom Gegner. Und dann kann der halt wunderschön kontern. Und das möchte ich halt einfach mit dieser Variation verhindern. Und wenn man dann halt bessere Spiele hat, dann schießt man auch mehr Tore. Also dann klappt es auch besser, wie ich finde. Oh, krass! Ich habe halt gedacht, dass mein Spieler viel eher an den Ball kommt. Ich hätte vielleicht vorher schon versuchen sollen, mit Modest einfach zu passen. Das hat leider nicht funktioniert. Also was heißt funktioniert? Ich habe es nicht gemacht. Aber das war schon mal eine sehr gute Situation. Da hätte man vielleicht auch mal ein Tor schießen können. Auch wieder keine schlechte Situation, leider. Leider gab es dann halt wieder mal nur einen abgeprallten. Also er versucht viel mit seiner Geschwindigkeit hier zu lösen. Aber er kann nicht so wirklich mit der Geschwindigkeit umgehen, habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir hier mal ein ganz klein wenig Platz. Ich sage ja, er kann nicht wirklich mit der Geschwindigkeit umgehen. War es ein Foul? Ah, sehr schön. So, was macht man hier? Achso, mal gucken, wie viel Kiyotake Freistoß hat. Ja, 85, ich habe euch gesagt. Guter Freistoßschütze. Ich glaube, bei FIFA 14 oder bei FIFA 13 war er entweder der Beste oder unter den Top 3. Nein, also da war er auf jeden Fall einer der besten Freistoßschützen im ganzen Spiel. Ich weiß es nicht mehr genau, aber Top 3 auf jeden Fall. Oh, viel zu weit. Fuck. Oh, fuck. Glück gehabt. Konter abgewendet. Oh, das hat er jetzt gut gemacht, dass er da direkt... Oh, das hat er auch gut gemacht, dass er halt direkt die Außenwege dazu gestellt hat. Oh, das hat er auch wieder gut gemacht und hat einfach meinen Ball oder meinen Spieler zu lang gebraucht, um... Einfach zu lang gebraucht, um den Ball anzunehmen. So. Oh, wenn er mich da nicht legt... Oh mein Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil der Ball eigentlich zum Modest gehen wollte. Er sollte und ich sagen wollte, wenn er mich da nicht legt, dann bin ich halt schön durch und dann kommt er noch irgendwie zu Kiyotake, ganz verrückt. Das war ja richtig geil. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Aber er macht es wieder schlecht, weil er sich den Ball wieder zu weit vorlegt. Aber trotzdem sollten wir vielleicht langsam mal ein Tor schießen. So macht man das mit dem Ball vorbeilegen. Komm! Oh, das kann doch nicht sein! Leeres Tor nicht getroffen! Meine Fresse! Schon wieder meiner. Wie er einfach immer nur den Ball zu mir rennt im Endeffekt. Das ist schon sehr merkwürdig, was er da macht. Aber finde ich gut, weil er hat ja ein deutlich besseres Team als ich. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn er vielleicht mal nicht so gut spielt. Schade. Ach Mann! Wir sind hier natürlich der klar überlegene Spieler, aber wir hatten auch schon wirklich sehr, sehr gute Torchancen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber wir schießen einfach das Tor nicht. Komm schon! Zweite Hälfte. Aber da kann ich immer wieder nur sagen, zum Glück geht hier in der Halbzeit sechs Minuten. Da setzt sich halt auch oft bessere Spiele durch. Öfter als wahrscheinlich bei FIFA World. Er hat null Mal geschossen. Er hat verdammt nochmal null Mal geschossen und ich sechs Mal aufs Ziel und treffe halt einfach nicht. Ärgerlich. Ja, wir könnten ja halt schon locker 3-0 führen. Vor allem bei Kiyotake bin ich ein bisschen enttäuscht. Er hat auf jeden Fall schon so zwei, drei wirklich sehr gute Chancen. Dann hat sie nicht gemacht. Aber okay. Vielleicht ja jetzt in der zweiten Hälfte. Das hat er sich denn da überlegt gehabt. Ach, da muss ich natürlich mehr aufs Tor zielen. War eigentlich keine schlechte Idee, der steige rechte Fuß. Da mal abzuschließen. Der Schuss kam ja auch nicht schlecht. Also der hat mir gefallen, aber... Und der wäre halt drin gewesen. Ein Meter weiter links und das Ding geht rein. Schade. Aber das war einfach von mir nicht optimal gezielt. Also wenn man jetzt Modest keinen Vorwurf... Hätte er einfach... Hätte ich einfach optimal erzielen müssen. Auch das wieder ein eher unüberlegter Pass von ihm. Ach, schade. Ich dachte, ich schaff's ja vielleicht ein bisschen durchzudribbeln. Hat dann leider nicht geklappt. Ach, hier hat er natürlich Glück für ihren schlechten Pass. Komm! Na also, na also. Und was? Wie geil rausgespielt, oder? Also das war mal wieder richtig Sahne. Wie solche Tore freu ich mich am meisten, wenn sie einfach schön rausgespielt sind. Oh, nice. Da freu ich mich auf die Wiederholung, ey. Da freu ich mich echt auf die Wiederholung. So schön der Doppelpack mit Modest über Kiyotake. Ach, ist wunderschön. Und dann hat er einfach die Ruhe. Ich hab ja übrigens nicht angeschnitten. Das war der Gegner... Äh, das war der Modest selbst. Wenn man nah vom Tor steht und nicht sehr aufzieht den Schuss, dann schneidet er halt selbst den Ball an. Beziehungsweise macht ihn mit der Innenseite. Und in dem Fall, ja, hat er das so gemacht. Ach, geil. Das geht mal auf Ausgeglichen. Und ich... Okay, ich weiß, es gibt Leute, die machen das manchmal. Also das... Ich glaube, ich hatte auch schon ein einziges Mal, hab ich schon mal ein Tor gefressen nach so einer Aktion. Also nach so einem Schuss. Aber ich halte davon eigentlich nicht viel, weil ich glaube, das klappt nicht oft. So, ja, steht jetzt hier auch... Es kann aber auch sein, dass irgendwas gerade angepisst ist. Keine Ahnung. Aber er deckt ja nicht mal die vorderen Spieler. Das war schon komisch. Aber er macht immer noch Action. Oh, oh. Oh, oh. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet, dass der schief gehen könnte. Jetzt wird er durchrehen und reinflanken. Komm, es ist nicht der Kopfballschwächste. Deswegen bin ich froh, dass da nichts passiert ist. So macht man das. Mit Ball vorbeilegen, etc. Über Umwege zum Modest. Der kommt auch zum Kopfball. Aber leider geht dieser dann nicht rein. Und wieder mal ein Ball, der nicht ankommt. Würde mich echt freuen, hier zu gewinnen. Klar, ich bin der bessere Spieler. Aber er hat halt das deutlich bessere Team. Deswegen ist mir dann trotzdem immer so ein Tick stolz drauf. So eine Ecke. Und das war mal ein schöner Schuss zu. Genau so soll das funktionieren. Mit dieser kurzen Variante. Man legt zurück auf den, wie ich ihn gerne nenne, Zweitschießer. Und der knallt dann mal aus der zweiten Reihe einen drauf. Ach fuck, jetzt hab ich vergessen, mir ein Spieler ranzuholen. Na, wenn ich das vergesse, dann flange ich ihn mal einfach rein. Bringt auch ein bisschen Variation ins Spiel. Von daher ist das nie verkehrt. Schmiedebach hat, glaube ich, nicht den schlechtesten Distanzschuss. Deswegen dachte ich, probiere ich es mal. Oh, sehr schön. Ach, der sollte eigentlich direkt weitergeleitet werden. Auf wen auch immer da. Ich glaube, das ist auch wieder Schmiedebach, der da sich mehr oder weniger freigelaufen hat. Oh, jetzt spielt er aber super aggressiv. Also super offensiv, weil ich das sehe anhand der Tatsache, wie viele Spieler von ihm davon sind. Aber das sollte ihm nichts bringen, wenn er mir hier so Freiräume lässt. Die werde ich ausnutzen. Ja, das hat er gut gemacht. Nur halt, seine Pässe sind halt, also, mega schlecht. Keine Ahnung, was er da macht. Ob er immer Maximum aufzieht oder so. Also, die Pässe sind richtig schlecht von ihm. Richtig schwach. Und er ist auch weder in der Offensive noch in der Defensive irgendwie wirklich gut. Also, bei ihm nimmt sie es nicht wirklich viel. Jetzt hoffe ich nochmal, dass mit dem Harakiri-Spiel-Stil hier nicht noch irgendwelche Scheiße passiert. Weil, das gefällt mir gerade überhaupt nicht, wie er spielt. Sollen wir mal, dass er wieder da hinten bleibt. Er deckt wieder die völleren Spieler nicht. Das lernt man doch als erstes. Dass man den Gegner nicht den Ball leicht ins Spiel bringen lässt. Also dann... Ja, das ist halt irgendwie blöd. Macht man nicht. Foul. Was? Das war doch nur eindeutig faul. Das war der falsche Spieler. Auch da wieder... Er sprintet einfach komplett los und legt sich dadurch den Ball zu weit vor. Das macht natürlich immer nicht so viel Sinn. Weitergeleitet... Ach, ich wollte einmal variieren und nicht einfach reinflanken und dann geht es wieder schief. Das war ein Tick zu schnell, okay. Das war mal ein richtig, richtig schwacher und schlechter Einwurf von mir, der überhaupt nicht notwendig war. Aber ich mache es wieder gut, indem ich... Oh, hier ein scheiß Pass spiele. Aber hier schon wieder. Er legt sich einfach den Ball zu weit vor. Also er muss doch... Er lernt halt auch nicht aus seinen Fehlern. Er macht immer wieder das Gleiche. Das verstehe ich nicht ganz. Aber naja, ich will meinen Gegner auch nicht wirklich bashen. Von daher... Wenn er das Video anguckt, dann lernt er vielleicht aus seinen Fehlern. Das wäre natürlich schön. Würde mich für ihn freuen. Ansonsten... Hoffe ich, dass er nichts mehr anbrennt und... Ich dieses 1-0 in die Zielgerade bringen. Vielleicht sogar... Auf ein 2-0-er Höhe. Ah, schöner Schuss von Kiro Taki. Leider zu zentral. Ich habe es wieder vergessen, den zweiten Spieler zu holen. Oh nein. Jetzt bekommt er den Ball, wie es aussieht. Oder auch nicht. Schade. Wieder der falsche Spieler. Schade. Ich mache da die ganze Zeit merkwürdige One-Touch-Pässe. Ah, wenigstens die Ecke. Und diesmal denke ich dran. Ah, wieder ein schöner Schuss. Genau so sollen die kommen. Müssen nicht unbedingt reingehen, aber... Erstmal aufs Ziel wenigstens. Dann gibt es meistens noch eine Ecke. Und manchmal gehen sie hier halt auch rein. Hauptsache halt kein eklischer Konter. Das ist das Wichtigste. Abgefälscht! Abgefälscht! Gefährlich. Aber Leno ist dran. Jetzt gibt es hier nochmal... Ein bisschen Druck auf den Gegner. Oh, verletzt! Schmiedebach, glaube ich. Ach nee, Hosogai müsste es gewesen sein. Hosogai verletzt sich. Jetzt gibt es noch ein kleines Eckenfestival. Ach, fuck. Naja, was soll's. 1-0. Souverän gewonnen. Ich denke, ich hätte deutlich höher gewinnen können. Nicht müssen. Können. Hab's nicht, aber ist ja erstmal egal. Sieg ist Sieg. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Und wir jetzt schnell den Titel in Liga 9 gewinnen. Ja, das war halt auch so eine Situation für Kyo Tage, die hätte er vielleicht machen können. Oh, wer ist denn hier Spieler des Tages? Ja, sein Torwart Leno mit 9,5. Ich hab's einmal geschafft in FIFA 10. In FIFA 10 hab ich's einmal, glaube ich, geschafft, eine 10er-Bewertung zu erreichen mit einem Torwart oder so. 12 Paraden, Zieler eine Parade, auch nicht schlecht. 7,4 Modest, gut bewertet. 8,2. Okay. Hosogei lässt sich auch, wie's aussieht, richtig gut spielen. Das heißt, wie's aussieht, er lässt sich richtig gut spielen. Punkt. Wir brauchen jetzt noch, oh, wir hatten eine Niederlage drin, ist schade. Ohne die Niederlage wären wir jetzt schon beim Titel. So brauchen wir jetzt noch einen Sieg. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir den Sieg beim nächsten Mal mit der Premier League einfahren. Und dann halt in der übernächsten Folge schon Liga 18. Wuhu. Wie geil das wäre, da würde ich mich freuen. Ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.